Hallo Fami-Schlumpf! Hallo Handy! Gerade bin ich mit meiner Arbeit fertig, wie wir es mit einem kleinen Schlumpfball spielen. Weht nicht, ich muss den Rasen mähen. Und das treibt mich noch zum Schwimmsinn. Hey Joki, kommst du mit zum Schwimmen? Schwimmen? Du bist vielleicht gut. Dieser riesengroße Haufen Holz muss doch zerhackt werden. Und das ist kein Spaß! Torti, würdest du gerne... Tut mir leid Handy, ich bin zu beschäftigt. Na, wie läuft's denn so Handy? Ach, vergiss es. Gebe es für uns doch nur eine Möglichkeit, schneller mit der Arbeit fertig zu werden. Ja, das ist es. Ich werde etwas erfinden. Ich bin ja gespannt, was hier wieder so laut... Was soll denn die Aufregungsschlumpfhene? Oh, Handy hat gesagt, er hat gleich eine Überraschung für uns. Ich hasse Überraschungen. Aufgepasst, Schlümpfe! Vor euch seht ihr eine Erfindung, die uns die ganze Arbeit abnimmt. Nämlich einen Schlumpf zum Aufziehen. Was? Drückt einfach auf diesen Knopf des Aufziehschlumpfs und egal, was ihr gerade zu tun habt, er wird die Arbeit für euch erledigen. Ja, keine Arbeit! Und so schnell ist das so. Dieses komische Ding ist so stark wie 100 Schlümpfe. Handy, alter Freund, kann ich ihn jetzt mal kriegen? Nein, jetzt bin ich dran, nicht wahr? Nein, ich... Nun mal ganz ruhig. Ich möchte, dass Papas Schlumpf die Ehre hat, ihn als erster zu benutzen. Nun, danke, Handy. Ich habe da nämlich so einen kleinen Krampf in meinem Rücken. Vielleicht könnte da eine sanfte Massage... Ein bisschen weiter rechts. Ja, ein bisschen weiter nach links. Ja, genau da. Ah... Gut? Ich fühle mich wie neu geboren, ja. Der nächste. Einfach eine Messerspitze weniger Zucker in die nächsten Portionen. Denn ich muss auf meine Linie achten, Aufziehschlumpf. Ach du guter Aufziehschlumpf. Du kannst hier so viel auf einmal tun. Ich hasse es, Dinge zu tun, die dieser Aufziehschlumpf besser tun kann als ich. Ich frage mich, wie dieses Ding von innen aussieht. Ich werfe mal einen kurzen Blick rein. Grrrr. Aufziehschlumpf. Wo bist du? Oje, oje. Aufziehschlumpf. Ach da bist du ja. Grrrr. Was machst du? Auf damit! Hey! Du bist auf! Was ist denn das für eine Aufregung da draußen? Soll ich... Aua! Wurschtet! 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 Aufpassen, glaubt euer Leben! Hilfe! Hilfe! Ich versteh das nicht. Was hab ich nur falsch gemacht? Das weiß ich nicht. Aber du musst ihn wieder in Ordnung bringen, bevor das ganze Dorf zerstört ist. Wurschtet! 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 Uns bleibt nichts anderes übrig, als ihn aufzuhalten. Ähm... Armer Aufziehschlumpf! Auf mein Kommando greifen wir ihn! Wurschtet! 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 Oh, Dünner! Ja, wir haben ihn! Hier, halt ihn doch! Halt ihn doch! Tut mir leid, Schlumpf! Aber was ich jetzt machen muss, wird mir mehr wehtun als dir. Meine brillanteste Schöpfung ist eine Fehlkonstruktion! Was ist da nur schief gegangen? Du hast das Beste gewollt, Handy. Du bist bestimmt nicht daran schuld. Wieoh! Wieoh! Gut! Mimi, ah, muh! Ach, es ist nicht aufregend, Milady. Ich kann es kaum erwarten. Morgen ist Prinz Viras' zwölfter Geburtstag. Der Tag, an dem er offiziell unser neuer König wird. Ja, es ist wirklich aufregend, Mrs. Sauerbier. Wie ist es schrecklich, dass der arme kleine Junge für so lange Zeit so krank war. Aber er wird doch morgen an seinen Krönungsfeierlichkeiten teilnehmen können, oder nicht? Nein, Mrs. Sauerbier, wir können nichts tun als beten. Wie traurig! Aber eine heiße Suppe ist jetzt genau das Richtige für ihn. Oh, für einen Besucher ist er doch viel zu krank. Aber ich achte darauf, dass er alles aufisst. Danke, Milady. Der arme kleine Junge, er ist schon so lange krank. Alles verläuft genau nach Plan. Morgen um diese Zeit werde ich Imperiarkönigin sein. Ha, 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 ha! Ulrich! Sie haben geläutet, Milady. Hier hat er etwas. Für den Hund. Und nun trage er diesen Topf ekelerregenden Haferschleims zu dem kostbaren kleinen Prinz. He, 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 he. Gern, Milady. Und um Mitternacht, wenn alle schlafen, bringen wir dieses Balk in das Geheimverlies unter dem Burggraben. Und morgen werden wir verkünden, dass der Prinz nach dreijähriger Krankheit furchtbarerweise verblechen ist. Und dann, wie es das Gesetz verfügt, werde ich zur Königin gekrönt werden. Guten Abend, eure königliche Tiefheit. Ich bringe euch frohe Kunde. Um Mitternacht werden wir euch in Gemächer bringen, die einem jungen König Ehrgeziemen. Wirklich? Ja, dort gibt es keine so zugigen Fenster wie hier. Eigentlich sind da überhaupt keine Fenster. Lache er nur weiter, Ulrich. Mein Tag wird bald kommen. Oh, für euch werden noch viele, viele Tage kommen, die ihr alle im dunklen Verlies verbringen werdet. Viel Spaß bei eurem Krönungsfest. Was soll ich bloß tun? Was ist denn da drin? Haben sie eine Schlange in den Topf gesteckt? So eine schlaue kleine Puppe. Ich weiß zwar nicht, wo du herkommst, aber jetzt musst du mit mir auskommen. Mit mir und den Ratten. Was? Was willst du mir sagen? Du bist nicht nur sehr schlau. Nein, du bist ein Genie. Wir müssen jemanden finden, dem wir trauen können und dem wir die Wahrheit über Lady Imperia erzählen können. Liebe Mrs. Sauerbier, ach wie bin ich froh, Sie nach so vielen Jahren wiederzusehen. Wer bist du denn? Und wie kommst du in dieses Schloss, mein Junge? Ich bin's. Prinz Gerard. Erinnern Sie sich? Sicher. Und ich nehme an, die Lumpen, die du da trägst, die sind der letzte Schrei der königlichen Mode. Ja, aber lassen Sie mich erklären. Hier, junger Mann, nimm diese Kekse, aber dann fort mit dir. Aber ich kann... Du träufst dich besser nach Hause, bevor die Wache dich erwischt und schleicht dich nie wieder hier rein. Aber, ach, es hat gar keinen Zweck. Wer um alles in der Welt würde glauben, dass eine Vogelscheuche wie ich ein Prinz sein könnte. Wenn ich doch nur wüsste, wo ich Freunde finden kann. Mitternacht. Zeit, Prinz Gerard in seinen neuen königlichen Gemächer zu begleiten. Also gut, mein kleiner Faulpelz. Zeit um... was? Er ist weg. Messie Sauerbier, eine furchtbare Katastrophe ist uns widerfahren. Der arme, kranke Prinz ist von uns gegangen. Wie schrecklich. Er ist geflüchtet. Ich meine, er ist weggelaufen. Das Fieber muss ihn um den Verstand gebracht haben. Wie schrecklich. Sie haben nicht zufällig eine Spur dieses Lümmels, äh, meines teuren Neffens, entdeckt? Oh nein, nein, Milady. Die einzige Seele, die ich während des ganzen Abends gesehen habe, war ein armer, dummer Junge, der mir weismachen wollte, er sei ein Prinz. Das war er. Nein, nein, nein. Oh, der ärmste Kleine ist so krank, dass er manchmal glaubt, er sei arm und sich entsprechend kleidet. Welchen Weg hat er eingeschlagen? Ich, ich hab ihn in Richtung Wald gehen sehen und er hatte so eine komische Puppe bei sich. Was, hör ich da? Eine Puppe? Ich habe doch angeordnet, dass er kein Spielzeug erhalten soll. Nun gut, wir sollten uns nun besser auf den Weg machen, um einen lieben Neffen zu suchen und zusehen, dass man sich ordentlich um ihn kümmert. Wir werden den Bengel in ein Gefängnis sperren, aus dem er nie wieder ausbrechen kann. Und seine kleine Puppe werden wir ins Feuer werfen. Es ist der Prinz. Fang hat seine Fährte aufgenommen. Ausgezeichnet. Dieser kleine Bengel Gerard wird bald wieder hinter Schloss und Riegel sein. Hier, hoch, ab, hier, da, nehm ihn. Sie verfolgen uns. Wir werden ihn niemals entkommen. Vielleicht sollten wir uns ihn wie richtige Männer stellen. Werden wir nur richtige Männer? Was sagst du? Wir sollen diesen Fluss überqueren? Du musst völlig verrückt sein. Halt dich gut fest, kleiner Freund. Und versuch kein Wasser zu schlucken. Ich fürchte, Fang hat seine Fährte verloren, Milady. Dann muss er sie eben wiederfinden. Über den Fluss. Ich verstehe es einfach nicht. Was könnte ich bloß falsch gemacht haben? Mein armer Aufziehschlumpf liegt da draußen. Kaputt. Beinschlumpf. Ich werde ihn wieder auf die Beine bringen. Papa Schlumpf. Da ist ein Mensch in unserem Dorf. Ein Mensch? Ach, lieber Schlumpf. Bitte habt doch keine Angst. Wir wollen euch nichts tun. Wer bist du und was willst du hier? Ich mag vielleicht nicht so aussehen, aber ich bin ein Prinz. Prinz Gerard. Morgen sollte der Tag meiner Krönung sein, aber meine böse Tante Lady Imperia möchte sich zur Königin krönen lassen. Dank eures Aufziehschlumpfes im Flurch aus dem Gefängnis, in dem sie mich so lange festgehalten hat. Und wenn wir Imperia und ihre Hand lange nicht aufhalten, bevor es zu spät ist, werden mein Königreich und ich dem Untergang geweiht sein. Euer Majestät, meine Schlümpfe und ich fühlen uns geehrt, euch in jeder Weise behilflich sein zu können. Ja, wir holen Ihnen eine Rechts-Links-Kombination. Augenblick, Schlümpfe, Augenblick. Hoheit, wie wäre es zuerst einmal mit einem schönen Bad und frischen Kleidern? Oh, vielen Dank. Und bekomme ich auch was zu essen? Ihr sagt es, Prinz. Ich könnte ebenfalls einen kleinen Mitternachts-Imbiss gebrauchen. Folgt mir, Prinz. Ja, gehen wir mit. Ich habe auch noch Hunger. Und wie? Ich wollte dir nur sagen, was du für den Prinzen getan hast, war wirklich großartig. Ein richtiger Vater wäre bestimmt auch nicht stolzer als ich. Oh. Keine Sorge, Milady. Wir werden das heimatliche Licht für unseren kleinen, verlorenen Prinzen leuchten lassen. Was, Leute? Ausgezeichnet. Da das Unterholz gelichtet ist, wird es keinem gelingen, ungesehen vorbeizukommen. Ich muss jetzt auf das Schloss zurück, um meine Krönung vorzubereiten. Wenn ihr den kleinen Schurken geschnappt habt, wisst ihr, was ihr zu tun habt. Das wissen wir, Milady. Das wissen wir. Oh, was für eine Nacht. Aber es hat sich gelohnt. Schlümpfe, ich glaube, dieser Glühbeerenstaub wird den Prinzen und sein Königreich retten. Ja! Aber Papa Schlumpf, jetzt ist er doch gar kein Prinz mehr. Dürfen wir dir seine Herrn Majestät vorstellen, König Schiraf? Langsäge, der neue König. Hurra! Ja! 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 Ich weiß nicht, dass ihr zu eurem Königreich zurückkehrt und Anspruch auf die Krone erhebt. Dieser Glühbeerenstaub bringt euch sicher durch die Reihen eurer Feinde. Und wir Schlümpfe werden euch begleiten. Wir werden es Ihnen ja beiseite sehen! Und du, Aufziehschlumpf, hast den allerwichtigsten und allergefährlichsten Job von allen. Du wirst als Lockvogel fungieren. Du wirst als Lockvogel fungieren und Imperia und ihre Männer auf eine falsche Spur lenken. Hör zu, die Wirkung dieses Staubes hält nur zwei Stunden an. Also, lasst uns losschlumpfen. Ja! Los! Das ist Prinz Gerards kleine Puppe! Ihr nach! Kommt zurück, du erbärmlicher Köter! Die kleine Puppe ist da langgegangen! Sir, sehen Sie die Fußstapfen des Jungels? Sie sind klargegangen mit einer ganzen Armee von diesen kleinen Puppen. Wir müssen sie schnappen, bevor sie das Königreich erreichen. Los! Aufgesessen! Wir wollen den Prinz! Wir wollen den Prinz! Wir wollen den Prinz! Wir wollen den Prinz! Meine geliebten Untertanen, ich bedauere unendlich, euch sagen zu müssen, dass mein teurer Neffe, Prinz Gerard, gestern Nacht in meinen Armen verstarb. Oh, wie schrecklich! Der arme kleine Puppe! Aber kurz bevor der arme Kleine entschlief, flüsterte er mir noch seinen letzten Wunsch zu, dass ich Imperia an seiner Stelle die Krone tragen soll, als Herrscherin des Königreichs. Das ist ja stillbar! Beeilung! Beeilt euch doch! Sie kommen näher! Ich hasse näherkommen! Oh, seht mal, Herr Majestät! Papa Schlumpf, was ist passiert? Zwei Stunden sind noch gar nicht vergangen. Oh, das habe ich befürchtet. Ich habe noch nie zuvor die genaue Dosis für einen Menschen berechnen müssen. Das ist er! Jetzt haben wir dich, du heimtückisches kleines Bürschchen, sofort! Stehen bleiben! Nein, sofort weiterlaufen! Wir kümmern uns um die! Reitet ihn über den Haufen, Männer! Zwei Stunden sind noch gar nicht in der Hand. Überraschung! Fortan werde ich über dieses Königreich herrschen. Königin Imperia. Halt! Was denn, Prinz Gérard? Oh, Prinz Gérard! Meine Untertanen, ich bin absolut lebendig. Lady Imperia hat mich während all der Jahre gefangen gehalten. Sie wollte euch überlisten, damit ihr sie zur Königin krönt. Nicht über die Reaktion, nicht über die Reaktion! Lasst es mich erklären! In meinem tiefsten Herzen habe ich doch nur euer Bestes gewonnen. Geht euch fort, eure Blüterpreis! Nein, nicht über die Reaktion, nicht über die Reaktion! Milady, was ist passiert? Los, verschwinden! Lasst uns doch mit der Liebe ruhig! Ja! Lang lebt ihr, der König! Und der König! Und der König! Und der König! Vielen Dank, liebe Schlümpfe! Ohne eure Hilfe wäre ich nie gekrönt worden. Vielen Dank! Oh, da wäre ich ja ganz ruhig! Im Namen meines ganzen Königreichs verleihe ich euch diese Auszeichnung für euren Heldenmut und eure Tapferkeit. Lang leben die Schlümpfe! Lang leben die Schlümpfe! Lang leben die Schlümpfe! Darauf esse ich einen! Wir fühlen uns zutiefst geehrt, aber bei aller Fairness, diese Medaille gehört dem Aufziehschlumpf. Denn ich glaube, diese kleine Puppe mit dem großen Herzen ist der wahre Held. Und jetzt, da ihr anfangt, euch um die Geschäfte eures Landes zu kümmern, kehren wir Schlümpfe wieder nach Hause zurück. Leb wohl, kleine Schlümpfe! Ich werde nie vergessen, wie hilfreich ihr wart! Wiedersehen! Auf Wiedersehen, eure Königliche Hohe! Wiedersehen, lieber Aufziehschlumpf! Und vergiss ja nicht, dein Getriebe zu ölen!